Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiners ist nicht erfolgt. Das bleibt im Raum, Keitel, Jodl, Krebs, und Puckdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen, sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint euch das einfach genommen? Der Minister hat mich belohnt! Der hat mich belohnt, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederverreistiger, treulöser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich seid Feiglinge! Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolzen des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Jahre lang hat das Militär-Möle-Aktionen nur behindert! Es hat die Däne nur als bestätigen Widerstand! Ich hab weggelegt! Ich hatte gut daran getan, um Jahren alle Hörnoffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Mischens Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuerer Verrat geübtem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie war gesaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich der Fall. Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf. Dann sind Sie bei Sie wohl.